Ich danke Ihnen, Herr Schmid-Gunst, für die einführenden Worte. Ich danke auch, dass ich die Gelegenheit habe, über dieses sehr wichtige und spannende Thema zu sprechen. Mein Vortrag hat den Titel »Ohne Wachstum in die Zukunft« und ich stelle die Frage »Was kommt nach der imperialen Lebensweise?« Der Inhalt wird folgendermaßen aufgebaut sein, nämlich ich werde kurz auf die Charakteristika der imperialen Lebensweise eingehen, wobei natürlich die Frage gestellt wird, warum ist unsere Lebensweise überhaupt imperial? Und dann werde ich auf verschiedene Perspektiven der Wachstumskritik eingehen, also auf kapitalismuskritische, auf feministische oder keynesianische Wachstumskritiken, unter anderem. Genau, und dann schlussendlich werde ich auf die Degrowth-Bewegung ein wenig eingehen und das auch unter dem Namen »Postwachstum« in die akademische, aber auch aktivistische Debatte Eindrang gefunden hat. Zunächst einmal die imperiale Lebensweise. Die Lebensweise der meisten Menschen im globalen Norden und auch in Österreich ist deswegen imperial, weil sie basiert auf einer Ausbeutung von billigsten Ressourcen und Arbeitskraft an der Nords. Das ist ihre Basis quasi. Sie ist exklusiv, das bedeutet, sie ist nicht verallgemeinerbar. Nicht jede Gesellschaft, nicht jeder Staat kann so leben wie wir, weil dann bräuchten wir mehrere Planeten. Das ist bekannt unter dem Ausdruck eben globaler Fußabdruck und so weiter. Genau, und diese Lebensweise breitet sich andererseits aber auch aus und intensiviert sich. Durch neue Technologien, durch den Drang, immer mehr Wirtschaftswachstum zu forcieren und so weiter. Und diese Lebensweise schlussendlich lagert ihre Kosten auf andere, nicht nur Gesellschaften, in den Raum aus. Man denke nur an die Müllberge, man denke aber auch an die künftigen Generationen, denn diese Ressourcen sind nicht regenerierbar in der Zeit, in der wir sie verbrauchen. Genau, und tief, stabil und verankert ist sie, obwohl es eben diese negativen Merkmale hat. Trotz all dem, weil sie einerseits sehr angenehm ist, sie bringt uns technologischen Fortschritt, sie bringt Wohlstand für eine doch sehr breite Bevölkerung. Sie ist aber auch deswegen tief verankert und stabil, weil sie in unseren Alltagspraxeneingang gefunden hat. Sei es durch Wissen, durch Wünsche, durch eben unser Konsumverhalten, sei es aber auch durch materielle Infrastrukturen, durch Institutionen, aber leider auch durch sogenannte Scheinlösungen. Aber auf diese Themen werde ich noch zu sprechen kommen. Die Dimensionen dieser imperialen Lebensweise sind mehrfache, nämlich einerseits natürlich hat sie eine koloniale Vergangenheit, sprich Europa ist ja, das ist ja ein historisches Faktum, bekannt auch durch den Kolonialismus und später Imperialismus, also man merkt hier Nord-Süd-Gefälle. Und diese Macht- und Herrschaftsverhältnisse ziehen sich aber auch entlang von anderen Trennlinien, nicht nur Nord-Süd-Gefälle, sondern eben Rasse, Geschlecht, Klasse, Alter, Körper und viele andere. Genau. Und obwohl es eine soziale Ungleichheit gibt und obwohl die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht, ist diese Lebensweise trotzdem sehr stabil. Und unser Gedanke, dass Wirtschaftswachstum für alle gleich gut ist, ist doch relativ stabil. Und das ist deswegen so, weil wir eben auf billigste Ressourcen zugreifen und damit aber leider die Umwelt zerstören. Und Gramsci hat dazu auch den Begriff der Hegemonie geprägt. Hier meint er, dass es eine Symbiose ist von Zwang und Konsens, aber darauf komme ich auch noch zu sprechen. Und zur Subjekt-Ebene habe ich schon ein paar Worte gesagt und darauf komme ich auch noch zu sprechen. Genau. Und was auch sehr spezifisch ist für diese imperale Lebensweise, ist diese Trennung von Mensch und Natur. Also viele auch der grünen Bewegungen glauben, dass wir die Umwelt schützen müssen. Wir müssen unseren Planeten schützen. In Wahrheit müssen wir aber nicht den Planeten schützen, sondern unsere Wirtschafts- und Produktionsweise überdenken. Denn wir verbrauchen zu viele Ressourcen und auch durch Stichwort geplante Obstuleszenz, dass Dinge kaputt gehen und so weiter. Also es ist nicht effektiv. Und deswegen müssen wir unsere Wirtschaftsweise überdenken und die Art, wie wir konsumieren. Ich habe vorhin erwähnt, dass sich die imperale Lebensweise auch ausbreitet und intensiviert. Hier sehen wir eine Grafik. Das ist die große Beschleunigung seit der industriellen Revolution. Im Zuge von technischem Fortschritt bauen wir viel mehr Staudämme, es gibt viel mehr Autos, Kohlenstoffdioxid wird mehr in die Luft freigesetzt. Genau. Also ich erwähnte die große Beschleunigung. Also sprich im Zuge der industriellen Revolution gab es einen technischen Fortschritt. Das Transportwesen konnte natürlich viel mehr Güter von A nach B transportieren. Das aber verursacht natürlich eben Ressourcenverbrauch und Umweltverschmutzung und natürlich auch die Steigerung der Bevölkerung. Genau. Und hier sehen wir auch ein paar Statistiken über eben die Schere zwischen Arm und Reich. Nur um die Oxfam-Studie zu zitieren. Das reichste Prozent der Menschenstrich 82 Prozent des im vergangenen Jahr erwirtschafteten Vermögenswachstums ein. Das bedeutet, wenn wir über Wachstums sprechen, dann ist es immer ein selektiver Begriff. Denn was meinen wir eigentlich? Wem kommt dieser Wachstum zugute? Und deswegen braucht man Steuerungsmechanismen. Man braucht eben Verteilungsmechanismen, entweder staatlich oder kommunal, die einer breiten Bevölkerung zugute kommen. Das ist sehr wichtig, damit genau eine Gerechtigkeit herrscht. Genau. Zu Gramm-Schiss-Hegemonie habe ich auch schon geredet ein bisschen. Und zwar hier haben wir ein Paradox, dass zum Beispiel eine Zugfahrt, und das meine ich auch teilweise mit Zwang. Also Zwang muss nicht immer auf gewalttätige Absicherung beruhen, sondern Zwang kann ja auch zum Beispiel sein, wenn ein Zugticket von A nach B, von Wien nach Barcelona beispielsweise, teurer ist als das Flugticket. Und das ist zum Beispiel so ein kleiner stiller Zwang. Und Konsens meint natürlich materielle Zugeständnisse. Und diese Lebensweise lässt sich dadurch aufrechterhalten, dass wir natürlich die negativen Seiten eben auslagern. Sei es die Mülldeponien, sei es die Ressourcen und so weiter. Und auch was wir sehen mit diesem CO2-Handel und mit diesem, ist ja auch so eine Art, okay, die Länder, die sowieso keine Industrialisierung haben, sollen uns die CO2-Papiere abkaufen und so weiter. Also wir sehen hier verschiedene Scheinlösungen. Und genau, auch mit dem Statuskonsum habe ich kurz angesprochen, dass es eben tief verankert ist in unserem Bewusstsein, dass wir halt schnell Autos mit 200 PS bevorzugen, obwohl es die ÖBB gibt sozusagen in Wien, Gott sei Dank, und die Wiener Linien. Also da sollte der Fokus einer Investition drinnen sein. Und genau, hier sehen wir auch eine paradoxe Grafik, die zeigt, dass eben Deutschland eine größere Automobilflotte hat als der gesamte afrikanische Kontinent, obwohl wir wissen, dass dort mehr Menschen leben und so weiter. Also hier sehen wir verschiedene, genau, Verhältnisse. Genau, und nun möchte ich von dieser imperialen Lebensweise meinen Fokus auf Wachstumskritiken hindeuten. Und zwar, es gibt verschiedene Wachstumskritiken. Es gibt die liberale Wachstumskritik, es gibt eine keynesianische Position, es gibt eine grüne, eine feministische und so weiter. Und die werden wir uns in Kürze anschauen. Genau, begonnen hat alles mit den Prognosen und Berichten. Dennis Madoffs hat zum Beispiel die Grenzen des Wachstums geschrieben. Es ist ein Bericht des Club of Roams zur Lage der Menschheit. Und in den 70er Jahren entwickelte sich so eine Umweltbewegung, ein Bewusstsein dafür, dass diese Art und Weise, wie wir unsere, also diese Art und Weise, wie wir produzieren und auch konsumieren, dass die sich nicht länger langfristig aufrechterhalten lässt. Und in diesen Studien oder auch der Global 2000 Bericht, der von der Charta-Administration, der damalige US-Präsident, in Auftrag gegeben wurde, auch dieser Bericht zeigt eindeutig die Umweltschäden, die wir verursachen, die Ressourcen, die an ihr Ende gehen und vieles mehr. Das bedeutet, wenn wir uns nur auf Wirtschaftswachstums fokussieren, dann ist das keine langfristige Option. Und das wussten die Akademiker, Intellektuellen und die Naturwissenschaftlerinnen schon in den 70er Jahren eigentlich. Und trotzdem haben wir nach dem Motto weiter so weitergemacht. Jetzt gibt es natürlich eine ganz radikale Lösung, die auch unter Sozialdarwinismus kursiert oder unter diesem Begriff verstanden werden kann. Es gab diesen Film von Hollywood, nämlich diesen Marvel-Bösewicht, der Thanos, der die Hälfte aller Lebewesen im Universum zerstören wollte, damit er ein Gleichgewicht schafft, damit wieder mehr Ressourcen da sind, damit sich die Natur ein bisschen regenerieren kann. Das ist natürlich eine Fiktion, das ist natürlich ein Hollywood-Film gewesen. Anders aber Thomas Malthus, der Gelehrte, der 1820 ein Buch Principles of Political Economy geschrieben hat, der aber restriktive Maßnahmen, um das Gleichgewicht zu erhalten, eben schon auch in Betracht zieht. Das bedeutet, hier gibt es eine radikale Position, die sagt, okay, Thomas Malthus, seine These war einfach, okay, die Bevölkerung steigt. Und es ist eine unvermeidbare Katastrophe aus dem Grund, weil natürlich immer mehr Menschen und immer weniger Ressourcen und dieser irgendwann crasht, irgendwann kommt der Tag X. Und dass das so nicht stimmt, werde ich Ihnen in Folge zeigen. Und diese Kritik ist natürlich eine, die von auch rechten Parteien oder Bewegungen aufgenommen wurde. Und die ist nicht haltbar, weil es sind viele Faktoren, kulturelle Faktoren, eben auch das mit dem Wirtschaftswachstum, die Problematik und so weiter. Genau. Die liberale Position einer Wirtschafts-, einer Wachstumskritik könnte so aussehen, nämlich von dem Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften Josef Stiglitz, Amata Sen, im Auftrag der französischen Regierung unter Nicolas Sarkozy. Dieser Bericht hat eine Wachstumsdebatte im liberalen Kreis angestoßen. Und zwar ging es darum, dass BIP nicht länger als Wohlstandsindikator angesehen werden sollte, da es natürlich viele andere Faktoren gibt, eben wie Lebensqualität, auch Klimawandel und so weiter. Und dieser Wohlstandsindikator BIP wurde von diesen Protagonisten stark kritisiert. Nämlich, und was heißt BIP? Eben dieser Fokus auf den Gesamtwert aller Güter und Dienstleistungen, die während eines Jahres innerhalb einer Volkswirtschaft produziert wurden. Genau. Und das alleine als Indikator reicht nicht aus. Und sie haben festgestellt, das war im Zuge der Finanzkrise 2007, 2008, dass wir eine Krise hatten, die unsere Abhängigkeit als Gesellschaft und als Wirtschaftsraum gezeigt haben. Dieser Bericht hat das gezeigt, dass eben eine starke Abhängigkeit da ist zum Wachstum. Das bedeutet, wir sind krisenanfällig. Unsere Art des Wirtschaftens. Genau. Dann gibt es eine andere Position, nämlich die kensianische Kritik am Wachstum. Keynes bezeichnet das Problem auch als Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals. Das bedeutet, irgendwann nach diesem Wirtschaftswachstum kommt eine Sättigung, wo das Kapital dann nicht mehr erfolgreich investiert werden kann, wo einfach es treten Zyklen ein sozusagen, es treten immer wiederkehrende Krisen ein. Und seine Lösung ist eine stationäre Wirtschaft. Das nennt er das goldene Zeitalter. Das bedeutet, auch hier sehen wir, dieses ewige Wirtschaftswachstum ist eigentlich gar nicht so gewollt von vielen. Und auch die kensianische Position sieht das ein und sieht, dass technologischer Fortschritt zwar vorausgesetzt wird, aber nicht mehr in diesem Maß, wie wir es bis jetzt hatten, dass immer nur Wirtschaftswachstum und die Orientierung am BIP das Wichtigste ist. Die kensianische Position ist nachfrage- und staatszentriert. Das bedeutet, man versucht hier eine Gerechtigkeit zu schaffen, indem der Staat Investitionen tätigt, die Wirtschaft ankurbelt, in öffentliche Infrastrukturprojekte investiert. Keynes war auch immer ein Befürworter einer Arbeitszeitverkürzung, das heute eigentlich lustigerweise revolutionär wirkt, wenn man sich die Debatten um die 60-Stunden-Woche und so weiter anschaut. Also genau, dann gibt es die grüne Position, mittlerweile angestoßen von der Kommissionspräsidentin der EU, Ursula von der Leyen. Und dieses grüne Wachstum ist eine neue Agenda, und zwar sie forciert die UN-Nachhaltigkeitsziele, die sogenannten SDGs. Sie versucht, erneuerbare Energien zu investieren und die Wirtschaft dadurch zu modifizieren, indem man erneuerbare Energien macht, oder zum Beispiel Kreislaufwirtschaft ist jetzt von der EU auch ein heißes Thema. Es gab mehrere Berichte, die meinen, okay, man muss die Ressourcen vor Ort nutzen, genau damit man keine Verschwendung produziert und so weiter. Also auch hier ist das Umweltthema ein sehr relevantes. Man hat eingesehen, dass das Wirtschaftswachstum also Probleme verursacht und deswegen muss man Maßnahmen ergreifen und die EU macht das eben. Genau, hier wäre meine Kritik daran, dass es eben einen Hype gibt um erneuerbare Energien. Das blendet natürlich Rebound-Effekte aus. Rebound-Effekte sind jene, die ausblenden, dass es, wenn man in erneuerbare Energien investiert, dass das ja auch wieder Ressourcen sind und dass das Investitionen schafft, also einen Markt entdeckt quasi, einen Markt schafft für erneuerbare Energien und dann wird halt dort das Ganze investiert. Und dann entsteht Wirtschaftswachstum zwar selektiv, aber halt auch in diesem Rahmen. Und viele dieser erneuerbaren Energien, man denke nur an die E-Motoren, das setzt Lithium voraus und Lithium ist, wie wir wissen ja auch, wird geschaffen in einem Prozess, der umweltschädlich ist, der Wasser verbraucht und so weiter. Dann unter dem Stichwort Pragmatic Environmentalism ist eben das Problem, dass diese Perspektive zwar auf das Klima achtet, aber soziale Aspekte, Aspekte der sozialen Gerechtigkeit ausblendet. Genau. Und dann haben wir natürlich eine klassische Kapitalismuskritik, wie es die historischen Materialisten, Austromaxisten oder Marxisten generell oder auch die heterodoxe Ökonomie vertritt. Hier liegt der Fokus eben auf Produktionsverhältnisse. Hier wird kritisiert, dass das Eigentum an Produktionsmittel, eben die Eigentumsfrage wird hier gestellt. Fokus liegt bei Marx eben klassisch immer auf Arbeit und Mehrwert. Und er konstantierte damals im Zuge der industriellen Revolution, dass es zu einem Konflikt kommen wird zwischen Kapital und Arbeit. Und genau. Und deswegen ist diese Position eben fokussiert auf Produktionsverhältnisse. Blendet aber, wie die feministische Kritik sagen würde, blendet Reproduktionsverhältnisse, blendet Care-Arbeit aus und blendet auch teilweise Macht- und Herrschaftsverhältnisse aus. Die feministische Position einer Wachstumskritik könnte lauten, dass eben Frauen und Mädchen weltweit viel leisten. Eine Oxfam-Studie belegt, dass über 12 Milliarden Stunden Haushaltspflege- und Fürsorgearbeit eben unbezahlt geschehen. Und das wird weder in den BIP-Rechnungen der Wirtschaftswissenschaftler nicht berechnet, noch wird es geschätzt. Das andere Problem ist, dass wir haben, das habe ich auch schon vorhin erwähnt, mit der Schere zwischen Arm und Reich. Die Feministinnen deuten darauf hin, dass acht Männer so viel besitzen, wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Und hier sind eben Männer an der Spitze. Und es geht hier hauptsächlich auf den Fokus Reproduktionsverhältnisse. Das bedeutet, wer leistet die Arbeit daheim? Und das blendet zum Beispiel die materialistische Theorie überwiegend aus. Dann gibt es sowas wie Global Care Chains. Das bedeutet, diese globalen Betreuungsketten. Und das kennen wir vielleicht, wenn wir sehen, dass junge Frauen aus den Philippinen oder aus Thailand oder aus Osteuropa zu uns nach Österreich kommen und eben unsere Kranken betreuen, unsere alten Menschen betreuen und so weiter, um unsere Kinder sich kümmern und so weiter. Und das aber setzt voraus, dass sich jemand um deren Kinder und deren älteren Menschen dort vor Ort in deren Ländern dann auch jemand kümmern muss. Und das eben ist eine Verkettung unglücklicher Umstände eigentlich, von der wir profitieren, wo wir schon wieder beim Thema sind, nämlich imperiale Lebensweise. Auch darauf deuten die feministischen Positionen an und auch sie kritisieren natürlich die überwiegende akkumulationsgetriebene Wirtschaft. Dann gibt es die Post-Colonial Studies. Also es ist eine Entwicklungskritik, die meint, der eben entwickelte Norden quasi, globale Norden, steht noch immer in einem kolonialen Verhältnis mit dem globalen Süden. Man denke nur an eben, nicht nur an Diskurse, sondern auch an Handelsbeziehungen. Also wenn man sich anschaut, Frank-Afrique, das ist noch immer eine Region in Frankreich, die zum Beispiel, was die Währung betrifft, was das Militär betrifft, auch was die Wirtschaft betrifft, in einer starken Abhängigkeit zu Frankreich noch heute steht. Es geht auch darum, dass vieles in Afrika privatisiert wurde. Prof. Ulrich Brandt und Prof. Markus Wissen sprechen auch von einem Rohstoff-Extraktivismus. Das bedeutet eben von Extrahieren. Die Rohstoffe aus diesen Ländern werden zu billigsten, auch zu schmutzigsten Konditionen eben gewonnen und auf dem Weltmarkt verkauft. Und meistens gelangen diese dann eben in den globalen Norden, mittlerweile auch nach China. China ist auch mittlerweile ein Big Player im afrikanischen Kontinent. Also sprich, diese Position will die Abhängigkeitsverhältnisse des globalen Südens verdeutlichen. Und dass ein Wirtschaftswachstum, das sagt auch der Prof. Stefan Lessenich, dass ein Wirtschaftswachstum des globalen Nordens eigentlich zum Nachteil des globalen Südens führt. Ob diese These jetzt stimmt, sei dahingestellt, aber das deutet eben diese Nord-Süd-Position, diese Entwicklungskritik, darauf will sie hinaus. Genau, und nun komme ich zu einer Position, die man nicht wirklich verorten kann, die keine einheitliche Theorie ist. Es ist eine Assemblance aus verschiedenen Theorien und Bewegungen und teilweise auch sich widersprechenden Bewegungen. Also es ist kein Masterplan, dass man sagt, okay, D-Growth ist jetzt die Lösung. Und wenn man dem Rezept folgt, dann hat man schlussendlich eben eine Utopie. So ganz ist es nicht. Zentral ist natürlich bei der D-Growth oder auf Deutsch Postwachstumsbewegung, die auch im intellektuellen Kreis eine Debatte ausgelöst hat, nämlich zentral ist die Kritik am Wachstum. Und dabei geht es aber nicht nur um Verzicht. Also der Professor Nico Paich zum Beispiel macht die Verzichtsdebatte auf, aber er meint, es geht eher um Ersetzen. Und Harald Welzer hat das mit einem Begriff mentale Infrastrukturen folgendermaßen versucht zu erklären. Und zwar es geht darum, dass wir unser Mindset, dass wir unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, unsere Einstellungen zu den Dingen verändern müssen. Und zwar es geht nicht um Verzicht, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt viel weniger konsumieren. Ich meine, vielleicht ist es das auch. Aber in erster Linie geht es darum zu ersetzen. Das bedeutet nach dem Motto weniger ist mehr, dass man sagt, man kommt auch zurecht mit dem, was man hat. Man muss nicht, also wenn man bei der Automobilindustrie bleibt, es muss jetzt nicht jeder ein Auto haben und vor allem ein BMW mit 200 PS. Das muss einfach nicht sein. Das sind die Bedürfnisse, die eben in uns drinnen sind, sei es durch Werbung, sei es durch kulturelle Distinktation, sei es durch, dass wir einfach zeigen wollen, okay, wir sind besser als die anderen. Aber das kann man ersetzen, indem man sagt, okay, der Staat investiert in öffentliche Verkehrsmitteln, in öffentliche Infrastrukturprojekte. Und genau da muss eine Veränderung auch des Bewusstseins stattfinden. Und D-Growth vereint viele Prinzipien und viele Praktiken, die man eigentlich in dieser Kürze gar nicht so zusammenfassen könnte. Also D-Growth umfasst den Begriff Suffizienz. Das bedeutet eben, das ist ein Begriff auch von Nico Beich, sehr stark geprägt, nämlich eben, dass es genug auch gibt, dass man sagt, okay, genug ist genug. Man wird auch mit weniger zufrieden. Kommens ist ein klassisches Prinzip, das mittlerweile durch das Internet sehr großen Einklang gefunden hat. Das heißt nichts anderes, als dass zum Beispiel Programme öffentlich und für jedermann, jede Frau zugänglich ist. und dass gewisse eben, sagen wir mal, eben nicht nur Programme, Bücher, was auch immer eben geteilt wird und gemeinsam genutzt werden kann. Das Prinzip der Konvivialität, auf das komme ich noch zu sprechen. Genau, Regionalität eben, dass man regionale Wirtschaftskreisläube fördert. Prosumentisch, das ist ein neuer Begriff, der vereint den Konsumenten mit den Produzenten. Das bedeutet, derjenige, der konsumiert, wird an dem Produktionsprozess beteiligt und dadurch ermächtigt er sich auch teilweise, dass er sagt, okay, ich weiß jetzt, was ich konsumiere, weil ich es teilweise selber hergestellt habe und es verringert die Ketten, die Güterketten und genau. Dann Sharing ist eben sehr ähnlich wie Commons, es geht hier um Teilen, Subsistenz, eben eine gewisse Autonomie, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und so weiter. Also wie gesagt, die Prinzipien sind viele und teilweise widersprechen sie sich, teilweise ergänzen sie sich und das macht die Growth im Grunde aus. Und ich möchte jetzt auf ein, weil das ein bisschen abstrakt vielleicht erscheint, für den einen oder die andere, möchte ich auf eine Forschung, die ich in diesem Semester in den Rahmen der Uni Wien gemacht habe. Und zwar, ich habe ein Interview geführt mit einem Architekten von Vivihaus, dem Paul Adrian Schulz und er beschäftigt sich mit einem urbanen Holzbau und ich finde, an diesem Beispiel konkret kann man wirklich eine Degrowth-Bewegung auch in der Realität feststellen, dass man nicht immer sagt, okay, was ist das? Das ist zu abstrakt, das ist eine Utopie, das ist unrealistisch. Und ich glaube, mit diesem Beispiel von Vivihaus kann man durchaus sehen, dass es viele Vorteile gibt, sich dieser Degrowth-Debatte anzuschließen oder sie zumindest einmal zu hören. Es geht um das Architekturprojekt, das gekoppelt ist an der Technischen Universität Wien, nämlich Vivihaus. Die drei Architekten, die dort das Projekt gestartet haben, haben sich gedacht, okay, nach den Prinzipien gemeinsam bauen und nach den Prinzipien von Reuse wollen wir das Soziale mit dem Ökologischen zusammendenken. Und Ihnen geht es in erster Linie um eine sozial-ökologische Transformation der Produktionsverhältnisse, der Konsumverhältnisse, genau, und überhaupt der Gesellschaft. Wie wollen Sie das schaffen? Es geht Ihnen in erster Linie eben, dass die Leute, die in diesen Bauprozess involviert sind, sei es Architekten, Bauherren oder Bauherrinnen, oder die lokalen Produzenten an Holz oder an sonstigen Materialien oder auch die Handwerkerstätten, die Handwerkerinnen, dass die beteiligt werden am Prozess des Bauens. Einerseits wird dadurch eine gewisse Art der Selbstbestimmung ermöglicht, andererseits ermöglicht das eine breite Partizipation, das bedeutet, man weiß, wo man wohnt, man weiß, wie man sich das vorstellt und man hat einen Einblick. Es herrscht natürlich flache Hierarchien aus dem Grund, weil es gibt keinen Architekten oder keine Bauherrin, die jetzt entscheidet, wie ich wohne. und vorhin habe ich das nicht erwähnt, aber der Begriff Entfremdung wurde von der historisch-materialistischen Schule entworfen und meint, dass wir uns in dieser Gesellschaft, also in diesen Wirtschaftsverhältnissen, in denen wir uns befinden, zunehmend von den Dingen, die wir produzieren, entfremden. Und durch dieses gemeinsame Bauen, durch dieses Projekt Vivihaus, wollen die Architekten eben auch die Entfremdung vermeiden, dass wir eben gemeinsam an diesem Prozess mitbeteiligt sind. Und das hat auch einen Umweltaspekt. Und zwar, sie ermöglichen eine gewisse Grundrissflexibilität. Das bedeutet, sie wollen den Holzbau zurück in die Stadt bringen. Das sehen wir hier. Ihr Ziel ist es eben nicht nur nachhaltige Rohstoffe wie Lehm, Stroh, Holz und so weiter in die Stadt zu bringen, sondern auch auf ein sechsgeschossiges Gebäude zu achten. Also sprich, es ist nicht nur so ein Einfamilienhaus. Wo sich dann die Einfamilien zurückziehen. Genau. Und ein weiteres Ziel ist es, dass Solidarität gefördert wird. Es gibt Gemeinschaftsräume. Und auch das soll eine soziale Komponente fördern. Zudem ist durch diese erwähnte Grundrissflexibilität es so, dass nur das Holzgerüst stabil ist. Und alle Wände und Fenster können theoretisch ausgewechselt werden. Das bedeutet, was früher mal eine Küche war, kann ein Wohnzimmer werden. Und was mal ein Wohnzimmer war, kann zum Beispiel ein Atelier werden. Und man kann ein Geschäft aufmachen. Das bedeutet, man hat eine gewisse Flexibilität. Und die Leute, die an diesem Prozess beteiligt sind, eignen sich auch ein gewisses Wissen an. Also sie ermächtigen sich selber, um das selber zu bauen. Natürlich ist das, das ist natürlich der große Nachteil. Natürlich müssen diejenigen, die das auch bauen, kräftig genug sein, auch diese ganze Bauanleitung auch verstehen. Es ist ja nicht so wie beim Ikea, dass man auf zwei Nägel drauf hat und schon steht das Haus. Also es ist teilweise ein bisschen komplizierter, als ich es jetzt darstelle. Aber die Idee ist einmal die, dass die Leute beteiligt sind. Und das ist natürlich auch, das ist wieder auch ein Nachteil natürlich, dass die Leute auch diese Zeit auftreiben, um das Projekt zu vollenden. Genau. Und Kreislaufwirtschaft spielt natürlich bei diesem Projekt auch eine große Rolle, da natürlich ein großes Ziel dieses TU-Projekts ist, dass man die Leute, die lokalen Produzentinnen, einbindet. Auch mit sogenannten Fab Labs, das sind eben, man stelle sich nur vor, zum Beispiel 3D-Drucker oder eben so Werkstätten, die gewisse Teile herstellen und dass die verbunden werden eben mit Architektinnen und mit den, dass Dinge, die eigentlich wegschmissen können, eben recycelt werden. Wenn zum Beispiel Holz oder Stroh und so weiter, wenn das irgendwer nicht braucht, dass man diese Materialien dann wiederverwendet und so weiter. Das ist natürlich ein, und was natürlich Reuse betrifft, auch da haben sie natürlich das Konzept so entwickelt, dass wenn man in strukturschwächeren Regionen zum Beispiel abbauen muss oder wenn zum Beispiel aufgrund einer Abwanderung ganze Dörfer leer stehen, dann ist es so, dass durch diese Art des Hausbauens, dass man natürlich das Grundgerüst und samt all den flexiblen Konstruktionen, dass man das auch abbaut und auf einer anderen Stelle wieder aufbaut. Das bedeutet, man muss die ganzen Sachen nicht weghauen und in Europa ist das ja ein Riesenproblem, weil Bau und Schutz, das erzeugt großen Müll. Und das ist ja auch ein Riesenproblem, dem die EU auch angegangen ist und deswegen plädieren sie ja auch in ihren Positionspapieren oder auch in ihren Policy-Analysen auch für Kreislaufwirtschaft, weil wir durch unsere Städte, vor allem was das Wohnen betrifft und den Verkehr betrifft, viel Beton verwenden und Zement, was natürlich, wie wir wissen, sehr viel Sand und Wasser verbraucht und umweltschädlich ist. Also unsere Bauindustrie ist einer der größten oder generell ist die Bauwirtschaft einer der größten CO2-Emittenten neben dem Energiesektor und das ist eben, das hat eine ökologische Seite, die sehr negativ ist und die kann man ausgleichen, indem man eben sagt, okay, wir haben eine Grundrissflexibilität und wir können die Gebäude, die wir auch bauen, woanders wieder aufbauen. Das bedeutet, man verschwendet weniger Material und man hat keinen Müll. Das ist ja auch ganz wichtig. Das bedeutet, alles das fließt wieder zurück in den Kreislauf, in dem es entstanden ist. Genau. Und das ist eben so, die Grundidee von Vivihaus und das ist zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel, wie D-Growth auch in echt passieren kann, wo eben Konzepte wie eben Postwachstum, dass man nicht immer schaut, dass man einen Gewinn macht, also zum Beispiel auch das TU-Projekt Vivihaus ist nicht gewinnorientiert. Sie haben ein Buch veröffentlicht, das nennt sich Toolkit für urbanen Selbstbau und das ist mit Creative Commons, also sprich frei zugänglich, im Internet zu finden und genau, das ganze Knowledge, das ganze Know-how, das ist ja auch der Anspruch der Architektinnen, die dort mitbeteiligt waren, dass das eben frei zugänglich ist und dass sich jeder eben da einbinden kann, so dass es halt eine breitere Bevölkerungsschicht erreichen kann. Genau. Und im Zentrum steht natürlich das Konzept auch der Solidarität, also sprich, dass auch Care, die erwähnte feministische Kritik von diesen Care Chains, dass man das auch umgehen kann, indem man so Einfamilienhäuser umgeht, dass man einen Block baut, wo mehrere Etagen für gewisse Dinge auch zuständig sind, also zum Beispiel, man hat zum Beispiel einen ganzen Pflegebereich im Haus und so weiter und man tauscht sich aus, man hat eine Gemeinschaftsküche, also es sind gewisse Aspekte drinnen, die eben von Solidarität zeugen und die, glaube ich, vieles, was wir in der heutigen Wirtschaft eben produzieren, sei es Müllberge, sei es globale Care Chains, die ich vorhin erwähnt habe und so weiter, die das einfach vermeiden, die ein Stück weit eine solidarische Lebensweise fördern. Und das war das konkrete Beispiel. Ich hoffe, dadurch wurde D-Growth als Perspektive, als Idee ein bisschen verständlicher. Genau, hier haben wir die Quellen. Nico Beich, wie ich zitiert habe. Genau, hier haben wir weitere Bücher, die ich auch empfehlen kann. Also Ulrich Brandt und Markus Wissen sind auch prominente Befürworter von D-Growth. Und genau, der Herr Magister Christian Schmidkunst hat das auch schon erwähnt. jetzt am Ende der Woche vom 29. bis zum 1. findet die D-Growth-Konferenz statt. Die wurde auch teilweise von Professor Ulrich Brandt mitorganisiert. Und da werden verschiedene Forscherinnen, aber auch Aktivistinnen ihre Ansätze vorstellen. Teilweise eben so wie ich werde auch mit meiner Forschungsgruppe dort das TU-Projekt präsentieren. Und viele andere werden über Ernährung sprechen und welche Ansätze es gibt. Also genau, am Ende der Woche findet auch im Online-Format findet die statt. Genau, und das bedeutet, die findet auch schon zum 6. oder 7. Mal statt. Das bedeutet, die D-Growth-Debatte ist im Wachsten und ich glaube, europaweit wird sie immer mehr gehört auch. Und mit diesen Worten danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon auf euer Feedback, auf eure Fragen, die ich sehr gerne beantworten möchte. Vielen Dank. Vielen Dank.